Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ori and the Blind Forest. Heute hier zurück im Nebelforst, wo, ja, das hier wenig bringt, dass ich die Karte anschaue. Aber, was ich glaube schon erkennen kann, weil hier ist ja der Eingang gewesen, hier ist der Nebelforst und hier links sind wir, beziehungsweise hier ist das, wo unser Ziel ist, wo wir hin müssen, den Nebel abschalten. Hier sind wir und nach links geht es nicht mehr so wahnsinnig weit. Also ich bin jetzt hier schon am Kartenrand angelangt, ich kann nicht mehr weiter nach links. Und nach oben und nach unten ist es, oh, nach unten ist es hier weniger beschränkt, aber das wird wahrscheinlich eher hier mit dem Teil des Windes zu tun haben. Wie dem auch sei, wir haben letztes Mal hier... Okay, das war dumm, beziehungsweise weniger dumm. Okay, also ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, also ich habe letztes Mal gedacht, ich weiß, was ich zu tun habe. Aber ich glaube... So, aber jetzt kann der hier unter mich hin. Ja, doch, es hat funktioniert. Moment, hier ist glaube ich ganz schlecht. Ja, okay, doch, es hat so funktioniert im Endeffekt, wie ich mir gedacht habe. Sehr schön, dann speichern wir hier mal, weil das war gerade nicht so eine easy Stelle. Hier ein Secret übrigens zu finden ist meiner Ansicht nach fast unmöglich. Komm mal hin, scheiße. Okay. Gut. Ja, wahrscheinlich nach links, oder? Oder vielleicht auch hier hoch den Baum. Oder auch nicht. Beziehungsweise, was passiert, wenn ich... Wenn ich jetzt hier bin. Hallo! Okay, ganz kurz ein bisschen Leben regenerieren. Okay, der ist hier ein bisschen scheiße. Au! Au! Warum sollte ich den dann eigentlich überhaupt platt machen? Warum sollte ich den denn platt machen? Oh. Oh, shit. Okay, vielleicht, damit er mir nicht am Arsch geht. Sehr gut. Sehr gut. Aber jetzt, wo ich ihn nicht platt gemacht habe, kann ich ihn sogar als Trampolin mehr oder weniger verwenden. Weil, wäre also voll dumm gewesen, hätte ich ihn tatsächlich platt gemacht. Na ja. Okay, wir müssen eine Tür auch öffnen. Ich habe allerdings nicht den blassesten Schimmer. Oh, shit. Wo diese Tür ist. Ähm. Haha. Okay. Oh, jetzt sind wir jetzt wieder am Anfang. Oh, nein. Wenn wir jetzt wieder hier links lang gehen. Hier ist Ende. Wir kommen hier auch, glaube ich, nicht weiter hoch. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Huh. Okay. Gut, dass wir die Feder haben, sonst wären wir hier echt am Sack gewesen. Okay. Warte, aber ich... Das kommt mir hier schon wieder bekannt vor. Hey. Ach, war das eins von den Dingen, was du gerade noch überlebt hast, oder was? Huh. Ja, also, in der Irre geleitet fühle ich mich gerade auch, weil, what the fuck. Aber ich komme da, glaube ich. Wow. Ne. Ich komme da leider nicht rüber. Links. Aber ich schätze mal, das ist auch so gedacht. Sehr schön. Okay, das war gerade ein bisschen frech. Geil. Ich habe quasi kein Leben. Okay. Okay, ich glaube, das war gut. Sicherheitshalber. Weil ich glaube... Ne, ich glaube, wir kommen da nicht hoch. Aber hier... Oh, Moment. Moment, jetzt sind wir... Jetzt sind wir über da, wo wir... Hä? Azzos Fackel. Hier ging sie also verloren. Wenn wir sie zur verhüllten Laterne tragen, zeigt sie uns vielleicht den Weg. Okay, also... Es ist hier echt... Ne, jetzt ging es doch deutlich weiter nach links. Okay, ich bin echt... Ich bin echt sehr verwirrt. Ne. Okay. Okay. Okay, aber... Hat sich dadurch jetzt hier was geändert oder hier drüben? Schade. Ich... Weil man kommt hier hin, habe ich mir so gedacht. Aber... Hoffenweise doch nicht. Sehr schön. Errungenschaft tödliche Ausweicher. Was sind tödliche Ausweicher? Verleite fünf Feinde dazu, einen anderen Feind zu besiegen. Okay. Das heißt, wir... Ne, hier war vorher noch ein zweiter und der ist jetzt nimmer da... Ne, das ist was anderes als vorhin. Okay, das ist definitiv anders als vorhin. Alter, das ist fakt so mit meinem Brain. Warum laufe ich genau rein? Moment, hier waren wir aber schon, oder? Dammit. Sehr schön. Alter. Okay, ich weiß, glaube ich, sogar, wo wir jetzt rauskommen werden. Hm. Vielleicht. Ich glaube, wir kommen jetzt gleich irgendwie da oben raus. Ich weiß noch nicht genau wie, aber... Das sieht hier gerade sehr ähnlich aus mit diesen langen Tunneln. Gut. Gut. Achso. Ich dachte, der wäre tot, aber der... Aber... Okay. Gut. Oh. Oh. Oh, jetzt gibt es hier aber zwei Wege. Au. Okay. Speichern. Das ist die Frage. Okay. Okay, also hier kommen wir aktuell nicht rüber. Ich schätze mal, später wird es hier... Wird der Nebel tatsächlich gelüftet und wir können uns nochmal alles anschauen. Aber aktuell... Au, natürlich. Hier ist doch ein Secret. Jetzt rieche ich drei Meilen gegen den Wind, dass da was war. Ah. Sehr schön. Wann kommt der über die Ecke? Natürlich kommt der nicht über die Ecke, aber ich bin... Ich sollte hier auch bleiben. Au. Oh. Immer diese verschissenen Viecher. Ich mag die irgendwie überhaupt gar nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie man an denen vorbeikommt, ohne Damage zu bekommen. Außer ständig... zu fliehen, ein paar Hits reinzukriegen und wieder zu fliehen. Und das kann ja auch nicht irgendwie des Rätsels Lösung sein. Oder? Okay. Okay, hier gibt es jetzt wieder zwei Wege. Ah! W- Okay. Sobald ich in der Nähe komme... ...verschwinden die. Okay, das hat nicht funktioniert. Schade. Sobald ich in der Nähe komme... Oh. Dazu erklommen immer die Berge hoch über dem Trauerpass. Als die Fakten ihres Bruders erlosch, wurde sie Opfer des Nebels und verlief sich. Und ich glaube, ich weiß, welche Fähigkeit sie uns vermachen wird. Du hast das Klettern erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du sie erhalten, wenn du an einer Wand bist. Sehr cool. Ich schätze mal jetzt. Oh, das ist zeitlich. Das ist irgendwie zeitlich. Irgendwie hat das... Ich will das... Ich will jetzt wissen, warum das... Dann steht man da. Okay, ich verstehe nicht, warum es vorher nicht funktioniert hat und jetzt auf einmal schon. So kommt man jetzt vielleicht auf diesen Drecksviechern besser aus. Okay, die Frage ist... Oh, Moment, jetzt gibt es aber hier noch einen anderen Weg. Ah, ne, den sind wir ja vorher gelaufen. Oh. Okay, wir haben wenig Leben. Ich mache mal sicherheitshalber den. Oh, ja. Es ist so altbekannt, aber... Oh. Okay, man muss die irgendwie austricksen. Oder ich trickse das Spiel gerade aus. Aber irgendwas in die Richtung... Oh, nein. Ich weiß... Man muss zweimal hinspringen. Und jetzt muss ich da rechts lang... Warte, nein, nein. Oh, Gott. Okay, das ist aber auch ein tricky Jump. Okay. 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 Das war gerade echt ein bisschen tricky. Okay. Okay. Ich bin so intelligent. Das... Also, okay. Wenn man hier Wände so austricksen muss... Ich bin nicht so ein Freund davon. Weil das ist einfach nur... Das ist einfach nur, dass man nicht instant vom Checkpoint reloaden kann. Und das an der schweren Stelle meiner Ansicht nach mit dem Gegner da oben. Okay. Wenn man dann... Vielleicht... Okay. Ich weiß echt nicht... Ich werde nochmal speichern. Nein, ich werde noch eine Seelenverbindung erzeugen. Wow. Okay, der sitzt. Okay, ich glaube, ich habe mich... Ich weiß nicht, warum, aber ich habe mich gerade, glaube ich, einfach nur unsagbar dämlich angestellt. Hallo? Okay, das ist schon irgendwie cool. Ich glaube, die Blumen spielen so ein kleines Spielchen mit uns. Kann das sein? Okay, irgendwas hat sich wieder verändert. Irgendwas ist jetzt hier unten an. Ja, hier, das war vorhin nämlich nicht da. Oh, wow. Okay. Kann man hier durch? Nein. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich komme jetzt hier oben irgendwie anders noch weiter. Bin ein Depp. Ne, aber man kommt hier. Also vielleicht kommt man da dann doch irgendwie da drüben weiter. und jetzt einmal hoch, bitte. Ne, aber... Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, entweder echt. Wo? Aber der kommt jetzt von unten. Okay. Das Brain fuckt mich gerade hart. Ich glaube, wir haben gerade mit dieser Pflanze Freundschaft geschlossen. Kann das sein? Oh, oh. Ja, das muss einem doch einer sagen. Okay. Fuck. Okay. Ich habe nicht so wirklich... Oh, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Okay. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es hat viel damit zu tun, wann und in welchem Abstand man springt. Aber es kann auch nur... Kann auch Bullshit sein. Okay. Okay. Ich glaube, dass man dich vielleicht irgendwie brauchen kann. Wobei... Dammit. Gott, ich hasse dieses Vieh. Oh, ich glaube nicht, dass man da irgendwie was da oben erreichen konnte durch die Spinne sei... Rede ich mir jetzt einfach mal selber ein. Okay. Ich habe keine... Ach, man hätte drauf schießen sollen, oder was? What the fuck? Alter Schwede. Okay. 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 Okay, ich glaube, ich weiß aber... Ja, da muss man rechtzeitig drauf schießen. Da darf man nicht so dumm sein, wie ich gerade. Und da... Nein! Ich habe doch Y gedrückt, um hier... Um, äh, hier... Einen Tritt auszuführen, damit mehr oder weniger. Keine Ahnung. Irgendwie war das Bild gerade ganz seltsam. Okay. Oh, shit. Okay, that's good. Oh, Bonus. Geil. Und in den Bonusraum speichere ich jetzt hier erstmal. Warum sollte man das hier machen wollen? Warum waren die zwei da gerade da? Wir sind übrigens ganz woanders als dort, wo wir hin müssen. Gefällt mir überhaupt nicht. Oh. Oh. Oh, shit. Oh, ja, okay. Achso, im Bonusraum, ja. Ich weiß nicht, was mir das bringen soll, weil da unten ist auch alles voller Stacheln. Okay, dann speichere ich... Oh, oh, okay. Jetzt wollte ich dem... Okay. Okay, ich weiß nicht... Da oben gibt's sicher ein Secret, aber ich bin offenbar geradezu dumm, das zu erkennen. Au. Wie schaut's da unten aus? Das ist alles... Schaut alles tödlich aus. Okay. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ich muss... Weil ich verstehe, ich muss den erstmal mit dem einen Mal triggern. Dann wieder zurück. So. Alter Schwede. Hier geht's aber nicht weiter, also werde ich wahrscheinlich hier einfach mal... Oh, ich wette, hier geht's jetzt rechts weiter. Nein, es geht nicht rechts weiter. Ich bin tot. Warum geht's denn da jetzt rechts nicht weiter? Das wäre instinktiv richtig für mich auch. Und wie geht's denn hier weiter? Okay. 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 Oh, da geht's hier oben. Okay, das war jetzt unsagbar cool. Ich... Ich würde sagen, ich spare... Auf den Dreifachsprung. Aber ich hab echt... Ich dachte einfach... Das ist ja echt geil. Okay, also ich muss sagen, das hier war jetzt gerade echt cool, dass wir hier dieses Secret entdeckt haben. Wow. Oh, Gott, nein. Tja, aber die Schwerkraft ist mein Freund. Ihr Bitches. Alter, okay. Also ich muss sagen, benutze jetzt Stampfen oder Stichflamme, um dir den Weg freizumachen. Ja, man muss hier echt, glaube ich, ein bisschen oder ich, sagen wir mal so, muss hier echt so ein bisschen einfach Abstand halten. Um mir nicht vollkommen zu verzweifeln. Gut. Okay, da ich das gerade echt nicht nochmal machen möchte. Wow. Hä? Moment. Okay, also ich glaube, das war richtig, aber es war nicht sehr, sagen wir mal, cool gelöst von mir. Hohohoho. Okay. Ah, hier geht es nicht weiter. Aber da es gerade sogar so weiter ging, wo ich mir echt nicht gedacht habe, dass da oben echt lang geht, muss ich sagen, ich möchte probieren, es weiter zu versuchen, an solchen Orten eventuell weiter zu kommen, auch wenn wir vielleicht an vielen Stellen nicht weiter kommen. Haha. Hast mich wahrscheinlich nicht mehr gesehen. Okay. Oh nein, hier geht es sogar weiter, oder geht es hier nicht weiter? Ich weiß es nicht. Okay, ich glaube, es geht dort oben tatsächlich weiter. Ich dachte, hier ging es weiter und das da oben wäre eine kleine, kleine Abstecher. Oh shit, ich dachte, ich habe das Vieh jetzt getötet. Hohoho. Okay, das war jetzt echt fies, weil ich dachte, ich dachte, dass hier oben wäre... Okay, da oben ist noch etwas. Moment. Moment. Das könnte sich sogar ausgehen. Wenn. Geht es mal ganz kurz. Nein, er ist doch verreckt. Nein, es geht nicht. Und. Wo schießt er denn noch? Genau hier. Damit. Alter, okay. Wenn das möglich ist... Okay, der ist einfach... Der hat sich einfach verpisst. Wow. Ja. Und nochmal. Nein, okay. Okay, also ich glaube, wir kommen da aktuell nicht hoch. Zumindest nicht mit meinen aktuellen Fähigkeiten. Scheiße. Ich hasse diese Viecher einfach. Ich glaube, ich werde die nie besiegen, ohne wirklich aufs Maul zu bekommen. Oh. Okay, das kennen wir schon. Oh, wir sind übrigens, glaube ich, langsam in der Nähe des Ausgangs. Beziehungsweise dort, wo wir hin müssen. Wir haben auch schon vier von den Steinen. Also vier würde sich eigentlich für, würde ich sagen, relativ sinnvoll erachten, dass es eine Vierertür ist, die wir jetzt gleich aufmachen müssen. Und ja, dann würde ich sagen, ob wir den Nebelforst vom Nebel befreien, das sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Ori and the Blind Forest. Und bis dahin sage ich, Tschüss, Leute. blir ein ZeugSIß. Tschüss. Tschüss, Leute. tsp graben